Ich werde jetzt mal voll auf Schaden Erkenne meine Macht. Ey, Lawy ist jetzt schon halb tot. Das wird gleich richtig gut, Freunde. Das wird gleich richtig gut, Freunde. Also, solange der Post auf den Raum geht, ist alles gut, ne? Darf nur nicht auf den anderen gehen. Ja, das war ein bisschen verschwindet. Okay, also. Wer ist jetzt dran? Sie geht voll auf Yasu, ne? Yasu ist natürlich ein Problem. Okay, das zieht tatsächlich sehr wenig ab. Wir gucken, ob der Boss davon Schaden bekommt. Keiner 23. Hat er mit. Mann, der ist aber auch knifflig, der Boss. Ja. 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 Also, mit dem�� macht's… So, Ilaoi kann sich halt so selbst heilen, das geht schon. Wahnsinn, also die macht schon Damage. Das kriegen wir so auf jeden Fall nicht gebacken. Moin Happy. Wir brauchen hier, also wir brauchen, wir brauchen irgendeinen Plan. Irgendeinen Plan brauchen wir. So. Die Schlange kommt angeschnitten. So. 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 Das heißt, wir können uns hier nochmal buffen. Wir müssen aufpassen, wo das Target von ihr ist. Auf Braum ist egal. Ich glaube, hier hat jetzt auch 0 Pentakel. Ich versuche jetzt einfach mal mit Dauersmashing auf die Diener, weil die Diener dürfen auf keinen Fall von dem großen Boss da absorbiert werden. Komm, noch einen. Okay, dann gibt es ja echt wirklich viel Damage. So, und sobald er keinen absorbieren kann, ist das auch sehr gut für mich. Weil er macht ja auch weniger Schaden. Also ist hier nicht Zeit der Faktor, den wir berücksichtigen müssen, sondern einfach nur brutaler Angriff. Ja. Ist schon so gut wie down, Leute. Kann sein, dass jetzt Lowie noch mal stirbt. Nein, falter. Ist ja gut. Ich glaube, wenn ich jetzt den kleinen Mob da kaputt mache, dann sollte man es geschafft haben. Also Angriff ist hier die beste Verteidigung. Spürst du das Eis? Was? 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 Was für Gegner? Ja. Okay. Wir haben jetzt insgesamt dreimal machen müssen. So, Heilnebel. Hosen, da bin zwei. Okay, das guckt man uns direkt mal an. Wie war dein Montag, Happy? Ist sie gut in die Woche reingekommen? Ist sie gut in die Woche reingekommen? Aber es war nicht sie, die uns weckte. Es war... ein Mann. Wirf einen Blick auf ihn. Nicht raten. Gangplank. Er kannte die Traditionen der Buru. Er stahl das Herz des Tempels. Gangplank? Warum sollte er etwas vom Tempel stehlen? Nach dem Einbruch in den Tempel sammelten sich unsere Seelen. Die Abgöttin nutzte unsere Verwirrung aus, um viele von uns auf ihre Seite zu ziehen. Findeten Ruhm alle. Vorhin stand der andere. Dank euch ziehen wir uns in den Schoß der Schlangenmutter zurück. Doch seid gewarnt. Uns steht eine grauenvolle Graunacht bevor. Ah, das kriegen wir hin. Vertraut der Schlangenmutter. Nur sie kann den Nebel bezwingen. Wir haben jetzt schon zwei Sachen gelernt. Ah, man soll richtig lesen. Bei den Bossen. Bei den Bossen. Und wir müssen ein bisschen taktisch vorgehen. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Was ist unser nächster Schritt? Du gehst vor. Ich werde noch hier beten. Götten. Wie kann das sein? Warum würde Gangplank das tun? Priesterin. Deine Unruhe ruft mich aus dem Schoß der Schlangenmutter. Was quält dich? Milgewasser könnte wegen mir eine große Finsternis drohen. Gangplank. Warum erfüllt er dich mit solcher Furcht? Ich hatte ihn einst geliebt. Er lebte bei meinem Volk und achtete unsere Traditionen. Die Lauri war mit Gangplank zusammen. Das ist viele Jahre her. Doch als ich sein Schiff brennen sah, trauerte ein Teil von mir. Die Buru fanden ihn, beinahe tot, und brachten ihn zu mir. Er flehte die Buru an, mit ihm Bilgewasser zurückzuerobern. Doch für meine Göttin müssen Sterbliche um ihre Wünsche kämpfen. Er war das traurige Abbild des Mannes, den ich kannte. So verzweifelt. So schwach. Ich prüfe ihn. Sicher, er würde versagen. Doch der Wille der Schlangenmutter ist nicht immer klar. Für die Göttin war er würdig. Im Gegensatz zu mir, muss sie etwas in ihm gesehen haben. Ich gab ihm was... Alter, ich finde die Story ziemlich cool, ne? Um seinem Schicksal zu folgen. Ist die Story von... Also ist jetzt hier die Rune-King-Story mit der Lore eins zu eins? Ich bin eine Verkünderin der Wahrheit. Die Schlangenmutter fügt dich. Folge nur deinem Pfad. Ich muss Sarah sagen, dass Gangplank lebt. Aber für den Frieden in Bilgewasser kann sie nicht die ganze Wahrheit erfahren. Noch nicht. Ich hoffe, ich habe richtig entschieden.